Willkommen zurück liebe Freunde bei GDA5 mit mir der MrSick, vielen Dank fürs Einschalten und ich habe letzte Woche schon gesagt, ich würde gerne mal das Ride hier pimpen und mal ein paar Rennen fahren, weil das haben wir irgendwie gänzlichst aus den Augen gelassen und ich meint, wozu brauchen wir denn das ganze Geld irgendwie ich muss ja ganz ehrlich gestehen, das ganze Geld, also in den anderen GDA Teilen war das immer so, dass man Geld braucht, um irgendwas zu kaufen, noch mehr zu kaufen und ein bisschen zu überleben aber hier ist irgendwie das Geld ein bisschen überflüssig geworden oder ich sage nicht überflüssig, sondern irgendwie hat das weniger Bedarf als sonst also man hat das Geld halt irgendwie, kann das halt in die Autos reinpumpen, wenn man das möchte man kann irgendwie so andere Gebäude kaufen, um noch mehr Geld zu bekommen aber so, es ist halt nicht überlebensnotwendig ähm von daher pimpen wir mal hier das Ride das sieht ja nicht nice aus, ey na, Hupe kann man Standort lassen ähm so, naja, lass mal Anordnung kaufen, okay schwupp man ist auch um einiges preiswerter als in GTA Online, aber das ist ja glaube ich irgendwie verständlich Rot, nehmen wir da mal Rot und Weiß, das passt doch wunderbar so, nur ein Schild, machen wir wieder hier Schwarz und Weiß äh, Gelb meine ich Parkierung lassen wir mal auf das Weiß, überall käfig oh, sieht halt stylisch aus Dach sieht auch cool aus Seitenverkleidung oh, so eine dicke Bämme, der hinsetzt und fetzt Spoilerino das sieht ja eigentlich auch cool aus eigentlich nicht auch, naja tieferlegen Getriebe denn dem Auto haben wir noch nichts gemacht das ist ja immer geil ach, ich wollte nicht so schnell wieder rauskommen Mensch das sieht schon Nice aus muss man mal ganz ehrlich sagen ich hoffe auch, dass wir das Rennen mit dem Auto hier bestreiten können ja, ja, I'm here for the magic touch ähm, so, nur ein Schild hat nur eine Panzerung ich frage mich, warum das Panzerung immer noch so angezeigt wird Turbo hat nur, okay so, jetzt die Reifen die Reifen finde ich aber eigentlich ziemlich geil muss ich mal ehrlich sagen die Reifen würde ich bloß mal rein machen ähm so, Fenster machen wir hier auch alles wieder auf dunkel okay, Panzerung ach so, weil das andere noch angezeigt wird, okay gut, dann haben wir das auch wunderbar ähm, da hoffe ich doch auch mal dass wir mit dem Auto jetzt auch die Rennen fahren können wo haben wir denn hier so ein paar Rennen da oben das Rennen da oben das Rennen haben wir schon abgeschlossen hier ist noch ein Flugzeugrennen da ist mir eigentlich zu weit weg so weit will ich jetzt eigentlich gar nicht cruisen ähm da ist ein Rennen ach ne, jetzt sagt mir nicht, dass wir mit dem Typsten kein Rennen mehr fahren können das wäre doch mal jetzt mal echt ein bisschen ähm was inaktives Gelände bla da Hangar Golf Geländerren Garage an der Grove Street Flugschule Fallschirmsprung Gefahrgeschriften Dominator Darts Job Biggers Garage Waschanlage für Ach komm schon ernsthaft jetzt Ah Wow 10 Millionen für ein Doppelkinoplast Alter, was geht denn bei denen ab? Ähm Stuntflug zur Zeit drin Ey Das Gibt's doch gar nicht Wir haben jetzt echt alle Rennen jetzt schon irgendwie gemacht, oder? Oh Gott Geländerren Ach das fuckt doch ab, ey Das gibt's doch gar nicht Ähm Pfff Ja wunderbar, ne Na dann Hat sich das Erfolg gelohnt Wollen wir jetzt noch Ruhe zu Michael und machen mit Michael Mission Das kotzt mich ja jetzt grad ein bisschen an Ich dachte jetzt echt, dass wir hier noch ein paar Rennen Driven können Ich hoffe, dass die Leute bekommen, was wir mit diesem Film versuchen Sie werden, ich denke, dass sie definitiv werden Okay Der ist jetzt hier beim Dingens beim Mr. Solomon Und Und Mit Michael haben wir, wenn ich das so auf den ersten Blick sehe Auch nicht wirklich Rennen, die wir machen können Naja, fahren wir mal rüber zu der Mission Ähm Ja Ich bin mal noch sehr gespannt drauf Was denn jetzt draus wird Letzte Folge haben wir ja erfahren, dass ähm Das Franklin Ähm Trevor umbringen sollen Weiß nicht wie das, wie das sein soll, oder wie das laufen soll Oder wie er sich da entscheiden wird Beziehungsweise wie wir uns entscheiden wird Ähm, komm mit Dave Ja Du hast es geschafft gut Ich habe dich wieder wieder Davey wieder Also, was sollst du für mich über Hanes den Rest der FIB den IAA und alle anderen? Hä Historie ist von dem Leben Okay Wir können die meisten von Agent Sanchez Ich verstehe diese Geschichte und die Agency und die Büro wird zurück Der Problem, die wir mit haben, ist Trevor Trevor? Warum? Try Meriwether Chinese Gangsters General Insanity und so weiter Ich kann Steve, dass du kontrollbar bist aber nicht Trevor Steve Er ist unser wunderte Hero jetzt Ich muss ihn aufzuhören calm ihn einfach raus Ich bin hier, wenn du mich brauchst Du kannst nicht aufzuhören, wo ich arbeite Ah ok Sollen wir uns hier aussuchen Um dir Anzüge anzugucken Smoking Na ja, ok Kaufen wir uns diesen Smoking Ich dachte ein Smoking ist immer hier mit Flieger und sowas und nicht einfach nur Anzug So Der Produkter hat sich nicht auf die Premiere Komm schon Yey Steig in die Limousine Cool hier Ich meine letztendlich bezahlen wahrscheinlich das Engel Das Oriental Theater Öffne das Champagne, Jimbo Woohoo Ich und der Big Dog haben unseren Trinken Hey hey, wo gehst du mit dem? Woohoo, mein Vater ist ein Filmprodukter Timmy komm zurück hier Das macht mich ein Filmprodukter Kind Jimmy Ich werde die nächsten zwei Recessionen ohne überhaupt zu arbeiten Na jaa Ich liebe unsere Kinder Und ich werde ein Sportcar und ein Drugshabit bevor ich auf Reality Rehab Shows Und dann werde ich meine Geschichte und werde ich wirklich verantwortlich sein Und ich werde alle Kontakte, die ich in Trinkprogrammen mache um auch ein Produkter zu werden Na ja, wie wäre es das mal Ich werde sogar schütziger Filme machen als mein Vater machen Weil ich nicht über Filme wie ihm Für mich ist es nur eine Möglichkeit Woohoo Yeah Siehst du die Strizets Loser? Jizzle in der Movie Bizzle Hört das, Vinewood? Hört das, Vinewood? Hey, ich höre es und ich mag es nicht Wir gehen zum Oriental Theater auf Vinewood Boulevard Get back down here Und nicht zu, wie gawk at celebrities from behind a barrier Wir sind tatsächlich, wie properly invited V zu I zu P Jimmy Jimmy Read my Neckrolls Entitled Entitled N T Äh Entitled Cause I am Jimmy Oh, Pop chill Ich bin fertig mit diesem Schüssel Lass uns einen Drink nehmen Devin ruft an Äh Ich freue mich Jimmy, ein Moment Hey, Devin Schau Ich muss mich über Molly sagen Ich bin sorry Aber ich habe es nicht gemacht Ich sagte, dass du es aufhörst Es war ein Verrückter Ich war da, aber ich hatte nichts zu tun Natürlich Ja, hey Du hast mich eine Fülle gemacht, Michael Und das ist etwas, das ich nicht vergessen werde Schau Devin Ich sagte, ich bin sorry Ich fühle mich schlecht für dich Aber du hast mich nicht gefährdet Denn dieses Film ist passiert, okay? Also lass uns einfach sich aufhörst und versuchen, wieder Freunde zu sein Oh, absolut, Slick Vergiss und Vergiss Namaste Ich glaube, ich bin jetzt nicht so richtig Premiere Rosa Teppich Ähm, ich liebe es Du weißt, ich bin wirklich stolz Auch wenn du ein ziemlich verdammtes Film gemacht hast Danke, Jim Wo sind die Mädchen? Sie sind zu Hause Sie wissen, sie werden ihre Freude auszuhören, wenn sie zu früh zeigen Natürlich werden sie Und, äh, hast du schon gedacht Vielleicht sollte ich keine Sex-Szenen in einem grösschischen Umfeld machen? Ja, ja, das ist, äh Ich weiß es, ich weiß es auch nicht Ich weiß es nicht Genau, das ist Oh, oh Oh, oh Hey, danke. Enjoy the picture, everyone! Herr Richard, Herr Richard, hi. Ich bin Laszlo aus Famer Shame. Aber ich mache ein paar Aktien auf der Seite. Ich wusste, ob... Oh, ja, natürlich. Du solltest mich sehen, Junge. Ich denke, ich habe ein Projekt, das perfekt für dich wäre. Oh, das ist fantastisch. Es nennt sich der Kloset. Wirklich moderne Dinge. Pervert. Nein, nein, nein. Sie ist lieb, okay? Ich hatte nie eine Behandlung, komm. Milton, Milton, hi. Sorry, dass ich mich überrascht habe. Quick Frage, komm in hier. Ich liebe, liebe, liebe das Film. Vielen Dank, ich freue mich. Als du, als du das Polarbeer warst und du dein Baby hattest, ich meine, das war... Okay, Jesus Christus. Das war emotional. Kann ich nur einen Hügel machen? Das hat mich wirklich beeinflusst. Okay, ich muss gehen. Vielen Dank, danke. Entschuldigung, Entschuldigung. Komm. Ah, Laszlo. Oh, schade. Na, schade. Na ja lustig gewesen. Na ja, sie ist? Sie sieht, dass sie dich aufgerichtet hat. Hey, hoffe ich nicht zu lange. Ich werde das für die Welt nicht missen. Devin, was du hier machst? Hey, was ein Film, huh? Meltdown. Herzlichen Dank, Mikey. Wir haben uns gemacht. Hey, wir schauen uns mal, huh? Du, ich, der stolte Produzent. Wie ein Freude mit dir arbeiten. Du siehst du? Ich war hier. Nichts wie deine Frau. Sie ist, dass du zu Hause ist. Oh, oh. You twisted fucker. You're a dead man. Let's go, Jim. Come on. Shitty fuck. Das klingt nicht gut. Where is mom? Die Mädchen sind in gefährlich. Wir müssen sie weg. Du hast zwei Minuten, um dich in der Familie zu opfern. Du Arsch. Okay? Rette deine Familie. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Dieser witzige Arsch. Ich habe mich verletzt. Weil ich nicht den Film verletzt habe. Und dann ist seine Begründer sterben. Und er hat mir gesagt, dass er deine Mutter verletzt hat. Hast du diesen Begründer verletzt? Und jetzt wird er die Mutter und Tracey? Er wird nichts tun, wenn ich das sagen muss. Aber du hast seinen Begründer verletzt? Nein, ich habe nicht. Es war ein Verletzt. Ich würde niemals tun, um dich zu gefährden. Shit. Okay. 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 Sie werden alles gut sein. Ich habe ihn nicht. Sie sind schwer. Das ist nur ein Filmleiter, oder? Er ist kein Gangster oder was? Nein, er ist kein Gangster. Er ist einfach extrem rass. Oh, fuck. Sorry. Er sagt, er hat alle diese Verbindungen. Ich bin sicher, es ist nur eine Rede. Na eine Minute haben wir noch Zeit. Wie lange hat er gesagt, wir hatten? Das würde auch machbar jetzt sein. Das ist nicht ein Familienwagen. Oh, oh. Okay, Jimmy, du bleibst dir selbst verletzt. Ich geh' die Mädchen holen. Das ist alles, du verdammt. Ah! Einer ist mit Tracey. Wir müssen da rein, Michael. Er ist da mit unserer Mädchen. Mom, Dad! Mach's! Mach's! Mach's, mach's! Hilf mir, Daddy, hilf mir! Er ist da drin! Sei da drin! Ah! 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 Das ist krass! Eww! Baby, ich bin mir nicht. Ich bin mir nicht. Wir sind in der Mitte. Find' die, mach's! Okay, okay. Du musst hier bleiben. Bleib deine Hände runter. Sei sicher, Baby. Was ist denn? Wollt ihr mich über mich? Eww! Eww! Entschließ' die Haus! Oh, lock' die B... Ah! Nömer. Gibt's jetzt mal liegen oder was? Frag aus! Frag aus! Nicht noch! Bleib auf! Einer habe ich! Einer habe ich! Just keep calm! Ja! Okay, Trace. Du bleibst einfach unten, sweetie. Ich bin glücklich! Ich brauche jetzt! Ich brauche jetzt! Ich brauche jetzt! Du spinnst wohl oder was? Sag mal. Gib mir ein paar Cova! Gib mir ein paar Cova! Hat nicht geholfen! Huch! So ihr Pisser! Wo seid ihr denn noch? Oho! Kommt was großes, oder? Oho! Kommt was großes, oder? Ich brauche jetzt mal! Ja, ich glaub das ist da, Alter! Trace! Amanda! Ich glaube, sie sind weg. Wisst ihr, da raus! Das ist eine Art Teufel! Ja, ich glaube, die Filmpremiere, die können wir uns jetzt... Äh, einen Arsch... Alter, Falter... Wer ist das denn? Wer ist das denn? Ich werde anfangen zu schreien! Ja, du magst das, nicht wahr? Teabaggen... Also, du sitzt auf seinem Gesicht? Das heißt, Teabaggen? Ich habe ihn wirklich gut gemacht, oder? Okay, hör, ich werde einen Telefon machen. Alles wird okay, bleib dran. Fuck. Bevor es noch heißer wird. Ja, das ist smart. Meet me in der Strip-Joint. Ich werde Frank und Trevor sagen. Nein... Puh... Tja, das lief mal, sag ich mal, semi-optimal für uns. Äh... Und nächste Folge scheint es dann wohl Richtung Heist zu gehen von... Deposit... Ähm... Unit... Unit... Deposit... Deposit... Keine Ahnung. Der heißt auf jeden Fall. Ich würde mich fragen, wenn ihr mit dabei seid. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Ratte auf jeden Fall. Hier sind sie auch, und die eine Bekleidung von den Glauben soll. Vielen Dank.